Das würde ich nicht tun. Wieso? Ist der nicht für uns? Jessica backt neuerdings und ihre Kuchen sind gefährlich. Ah, ah, der ist für Biggie. Als Dankeschön, weil ich hier Maxi vorbeibringe. Ich weiß eben, wie man Familienmitglieder behandelt. Mit den trockensten Kuchen der Welt. Biggie mag meine Kuchen genauso, wie sie sind. Glaubst du, weil du nur hörst, was du hören willst? Bitte nicht schon wieder. Vielleicht verstehe ich auch einfach manche Leute nicht, weil die nie Klartext sprechen, sondern sich einfach alles so hinbiegen, wie sie gerade Bock haben. Ist das immer noch, weil Dano und Ricardo zusammenziehen wollen? Ja, und weil Jessie lieber mit Maxi hier wohnen will. Wir sind gar nicht da. So, ich fahr dann jetzt. Bis später im No Limits. Wir sehen uns im No Limits. BG-Kickerabend allerdings nur für Mitbewohner. Ich wohne hier immer noch. Und hier kickert niemand ohne mich. Gut, wenn du es dir unbedingt antun willst. Wir sind gar nicht da. Hast du ihn bekommen? Nein. Meine Schwester hat ihn bekommen. Den Trini-Job? Ach so, nein. Nein, den habe ich bekommen. Rebecca hat gesagt, sie findet mein Kleid innovativ und originell. Und fast hätte ich es nicht rechtzeitig fertig bekommen, aber dann hat Tore mir geholfen. Also ich meine, Herr Halsdrück. Und dann ist es richtig gut geworden. Gut, dann lass dich mal drücken. Glückwunsch. Ich wusste, dass du das schaffst. Ja, und was hast du eben gemeint mit, äh, Giselle hat es bekommen? Nichts. Jetzt sag schon. Meine Schwester und Tore haben sich geküsst. Oh. Ja. Oh. Ja, aber das ist doch bestimmt nichts Ernstes. Giselle ist doch mit dem Antinia verlobt. Nicht mehr. Er hat sich heute von ihr getrennt. Ja, dann wollen sie sich wahrscheinlich noch mit Tore trösten. Ein bisschen Stätigung kriegen. Nein, so ist Giselle nicht. Sie und Tore waren noch mal ein Paar. Ist doch klar, dass da immer noch Gefühle sind. Und sie passen auch richtig gut zusammen. Findest du. Auf jeden Fall passt sie besser zu ihm als ich. Giselle ist cool und lustig und interessant und wunderschön. Wenn ich Tore wäre, würde ich mich auch in sie verlieben. Ich find dich lustig und wunderschön. Aber weiß Giselle denn, dass du auf Tore stehst? Und ich werd es ihr ganz bestimmt nicht sagen. Aber das heißt doch alles noch nicht, dass die beiden automatisch wieder ein Paar werden. Wie auch immer, wir beide, wir stoßen jetzt erstmal auf deinen neuen Job an. Ein andermal, okay? Ich glaub, ich will jetzt lieber nach Hause. Ich mach sogar eine Zitrone in deinem Wasser. Was macht die denn hier? Lass mich für die doch nicht aus dem WG-Kickern schmeißen. Ist doch immer noch meine WG. Aber nicht mehr lange. Ach, wir sollten uns eigentlich langsam mal nach dem Nachfolger umschauen, oder? Gut, wenn das so weitergeht, könnt ihr für mich gleich mitsuchen. Okay, ich geh den Kicker reservieren. Wollt ihr was trinken? Nee, nee, jetzt nicht. Wenn ich's trinkt, fliegt raus. Ja was, euer Verhalten ist geschäftsschädigend. Kriegt mir ja ein verdammtes Problem im Griff, das nervt. Also? Was? Ja, es fang an mit deinen Vorwürfen. Ich will den Maxi wegnehmen. Willst du das dann? Nee, wieso sollte ich? Ich frag mich nur die ganze Zeit, wie du das anstellen willst. Willst du mich entmündigen lassen? Dammelst du gerade Beweise gegen mich? Nein. Kann ich mich dazu setzen? Nein! Können wir jetzt endlich kickern, sonst muss ich töten. Ach, so weit würdest du also gehen. Oh Mann, Caro, steh hier nicht so rum. Kümmere dich um Olli, er ist der Nächste. Ich schau mal, wo die anderen Nollis bleiben, ja? Okay. Und, wie läuft dein erster Tag? Wie soll es schon laufen? Verscheiden. Wieso? Weil du jetzt noch ein Jahr in Tore dran bist? Näher? Ich bin unglaublich weit weg. Als Controllerin hat er mich wenigstens noch beachtet, aber... Sie überstrahlt alles. Ja, es ist wirklich toll. Ich weiß. Aber du bist auch toll. Nein, ich steh immer in ihrem Schatten. Ich versteh mich nicht falsch, ich gönne sie ihr ja, aber... Ich würde auch mal gerne im Licht stehen. Nur kurz und gesehen werden.